Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video Heute werden wir Gegen diesen Karton hier Wir werden mit verschiedenen Sachen schießen Das ist unser erster Gegenstand Wir werden gucken, ob es damit kommt Nein, Spaß beiseite Das wird heute der Gegner sein Viel Spaß und etwas fehlt Etwas fehlt Scheiße, die gehen nicht Wir sind scheiß fokussiert Okay Ich will uns hier nochmal einen Unehren Gast vorstellen Hallo, ich bin's Dies ist alles, ja Die Challenge steht Dieser Karton muss getroffen werden Viel Spaß So, das ist jetzt hier Dieser Karton Und da hinten ist Da hinten ist so ein Terrabant Zum Trainieren von irgendwelchen Muskelgruppen Aber wir missbrauchen das halt Ist aber cool So Da ist der kleine Karton Weg Geputzt Der Erste hat getroffen Jetzt ist Dies das Ananas Guckt mal vorbei Drei Da ist der Da ist der kleine Karton Drei Zwo Eins Und go Und go Nee Also Fast Er hat jetzt hier ein bisschen den Boden aufgezogen Aber Johannes ist jetzt dran Es steht Eins Null Eins Eins Jetzt nehmen wir mal den großen Karton Der Der Es schafft Einmal Mit dem Stock Komplett durchzuschießen Äh Hat 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 gewonnen Okay Zwo Eins Und go Weg Geputzt Zwei Eins Und go righteousness So Au Aua read sa So three so One go aa uh guph ack Alter Der Verste euch Voyager Der war da Dero Er Kann Die Überhaupt Dich Ha Nein Math Ne Jetzt di Der Thomas fährt aber arbeiten hier. Okay, der steht schon mal drin, aber... Ne. Das bin ich... Drei, zwei, eins und go! Fast. Fast, fast, fast. Ja, geht jetzt durch. Das kann ich euch sowas von versichern. Behauptet der Johannes. Uiuiui, der ist geil. Der ist richtig geil. Und go! Ne. Ne. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, dann mach es so. So, wir haben uns jetzt entschieden, mit dem Wasserballon hier Tischtennis zu spielen. Ich werde da einen Aufschlag machen, ne? Ja, gut. Hey! Guck ich dir das mal an. So, auf geht's. Super. Passiert. Geh zurück hier. Achtung. Hey, wenn du jetzt nicht draufst, dann rass dich aus. Dann machen wir das nicht normal, der gar nicht mehr. Ein paar Sekunden später. Drei. Zwei. Eins. Go! Das war's jetzt mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nee. Einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch hier nicht getan habt. Also Diesdas Ananas. Guckt bei ihm mal vorbei. Ähm. Ja. Dann, äh. Folgt unserem Instagram-Account, goodboys-yt hier unten nochmal. Hier unten irgendwie so. Da nochmal. Folgt ihm auch nochmal auf seinem YouTube-Kanal, Diesdas Ananas. Link ist auch noch oben. Ja. Link ist auch. So, das war's jetzt von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Ja, guckt auch mal bei ihm vorbei.